Aller Heiligen, aller Seelen liegt hinter uns. Wir stehen in der ersten Novemberwoche. Die Uhren sind wieder umgestellt auf Winterzeit. Nebel und Dunkelheit geben dem November sein Gesicht. Alles Leben in der Natur zieht sich zurück. Vielleicht geht uns der Monat November auch deswegen so sehr aufs Gemüt, weil es in diesen Tagen so viele Vorboten des eigenen Sterbens gibt. Das kann Angst machen. Und uns allen ist bewusst, dass wir in einer Zeit der Gottvergessenheit leben, wo vielen Menschen die Beziehung zu Gott und seiner Botschaft abhandengekommen ist. In einem Bildtext ist mir erschreckend klar geworden, wie viele Stationen in unserem Leben es gibt, wo wir in Gefahr sind, den Blick auf Gott aus den Augen zu verlieren. Da sehe ich ein Kind beim Spielen, daneben der Text, viel zu klein, um an Gott zu denken. Ein Schüler auf der Schulbank, viel zu geplagt, um an Gott zu denken. Ein Erwachsener bei der Arbeit, viel zu beschäftigt, um an Gott zu denken. Ein Liebespaar, viel zu verliebt, um an Gott zu denken. Ein Mensch auf dem Krankenlager, viel zu schmerzvoll, um an Gott zu denken. Und schließlich ein Grabeshügel mit Kreuz und Kränzen, viel zu spät, um an Gott zu denken. In einer Gymnasialklasse werden die Schüler zum Thema befragt, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Hier einige Antworten. Ein 18-Jähriger schreibt, Ein 17-Jähriger Bursch schreibt, Zunächst müsste ich den Schock verkraften. Vielleicht hätte ich seit Langem wieder einmal Zeit für einen Abend mit meinen Eltern. Ein anderer, Es gäbe viel, was ich noch in Ordnung zu bringen hätte, aber ich glaube, dazu wäre es zu spät. Und ein Mädchen schreibt, Den letzten Abend würde ich ganz allein mit Gott verbringen. Nur mit ihm zusammen hat dieser letzte Tag einen Sinn. Wie würden Sie wohl darauf antworten, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte? das ganze Tag zu leben hätte, was ich sonst große Bursch schon gegen mich wäre, bei diesem Tag ein bisschen schnellGAN come Messen zu kl Slovenierung. also wenn je richtig auf den Tag eing Lane und das É Д valdolحد... Das Z Deutschland aussieht,